Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu Tag 8 meiner Reihe 40 Tage 40 Videos. Heute in Zusammenarbeit mit dem Sascha von Writing, Turning, Flipping. Heute mit der Vorstellung eines Taschenmessers des chinesischen Herstellers Bestech Knives. Geliefert werden die Messer in diesem Karton, jedenfalls die von mittlerer und großer Form. In der kleinen Bauweise gibt es dann noch die weißen Kartons. Ich glaube, ich werde euch auch im Laufe dieser Aktion auch davon noch einen oder zwei zeigen können. Es handelt sich um das Modell BT 1808A und genau genommen um das Emperor in der Medium Version. Ja, der Emperor, der Kaiser. Ein kaiserliches Taschenmesser also. Steckt zusätzlich nochmal in dieser Pouch, Nylon Pouch mit doppeltem Reißverschluss, finde ich sehr gelungen. Das Messer steckt in einem Plastiktütchen, beiliegend ist auch noch ein Mikrofasertuch zur Reinigung. All das, was man mittlerweile von Bestech einfach gewohnt ist, das gefällt mir gut. Und was mir auch gut gefällt, ist das Taschenmesser. Es handelt sich dabei natürlich um einen Titan Frame Lock Folder. Wie sollte es anders sein? In dem Fall mit teilweise blauer Hardware. Also wir haben einmal diesen Ring um die Achsschraube, Pivot Collar genannt, auf beiden Seiten. Dann den 3D gefrästen Pocket Clip, der wirklich sehr flach aufträgt. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Auch die Spannung dieses Clips ist nahezu perfekt. Also das ist mal ein 3D Titan Clip, der wirklich, wirklich Spaß und Sinn macht. Wir haben ein sehr großes Lanyard Loch, das durch die Griffschalen und den Titan Backspacer durchgeht. Also auch der ist blau eingefärbt, anodisiert. Und ansonsten all das, was wir erwarten können. Frame Lock mit Steel Insert und Over Travel Guard. Flipper mit sehr gutem Jimping. Tolle Ergonomie am Flipper, das gefällt mir ausgesprochen gut. Und ansonsten noch diese auffällige Fräsung im Griff. Ich glaube, ohne dass ich dafür meine Hand ins Feuer legen würde, dass die dem kaiserlichen Siegel oder einem der kaiserlichen Siegel nachempfunden ist. Womit das Emperor, der Kaiser, dann auch den Namen verdient. Die Verarbeitung ist herausragend gut. Da ist also wirklich, da kannst du lange suchen, bis du da irgendwas findest. Und du wirst wahrscheinlich nichts finden. Ein ausgesprochen, ausgesprochen tolles, tolles Taschenmesser. Es ist größer als ein Small Sebensa. Es ist kleiner als ein Large Sebensa. Es liegt also irgendwo dazwischen. Und es hat eine Klingenform, die meiner Meinung nach ebenso tauglich ist, wie eine Klinge einfach nur sein kann. Als erstes hat die mich so ein ganz klein bisschen an Lion Ma erinnert. Ja, es ist schon fast eine Mittelspitze Klinge. Ich denke mal, die läuft unter Drop Point. Wir haben einen Swatch Grind, der wirklich ausgesprochen schön ausgeführt ist. Wir haben komplett Stonewash. Hin und wieder sieht man das auch mal, dass die Flats dann noch in einem Satin ausgeführt sind. Das hätte diesem Messer auch ganz hervorragend zu Gesicht gestanden. Ansonsten ist die Ausführung der Schliff der S35VN Klinge einfach traumhaft gut. Das Messer kommt rasurscharf aus der Box. Hinter der Phase steht wirklich wenig Material. Ich würde sagen, das ist ungefähr 0,4 Millimeter. Der Swatch Grind ist super symmetrisch angeordnet. Wir haben noch diesen kleinen Winkel hier. Je nach Lichteinfall kann man das ganz gut sehen. Also hier stimmt wirklich alles. Das Gymping auf dem Klingenrücken für den Daumen ist nahezu perfekt. Das hat Spyderco Qualität. Wir haben auf der langen Grifffläche Platz für drei Finger. Der kleine Finger findet hinten Platz. Die Ergonomie ist herausragend. Das kann ich nicht anders sagen. Das Messer hätte eigentlich noch ein langes Review verdient. Jetzt ist es erstmal in meiner Aktion hier. 40 Tage, 40 Videos. Wer also auf der Suche ist nach einem mittelgroßen Titan Framelock Flipper? Schaut euch dieses Teil auf jeden Fall mal an. Ich bin restlos begeistert von der Optik, von der Handlage und von der Qualität dieses Taschenmessers. Preis habe ich nicht nachgeschaut. Der Link zum Produkt ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt, wenn ihr Bock habt auf das Emperor in der Medium Größe, könnt ihr von Moment der Veröffentlichung dieses Videos für 24 Stunden dieses Messer mit 10% Rabatt einkaufen. Der Rabattcode lautet wie immer an die 1878. Falls ihr Bock auf dieses Teil habt und 10% sparen wollt, nutzt das auf jeden Fall. Aber auch sonst jedem, der Interesse hat, an einem Messer in dieser Größe. Ich halte nochmal kurz den Zollstock dran, damit ihr genau wisst, von welcher Größe wir hier sprechen. Wir sind bei 18,6, 18,7 Zentimetern ungefähr. Das Teil lohnt auf jeden Fall. Es kommt daher wie ein Großes. Es macht Spaß wie ein Großes. Die Verarbeitung ist herausragend. Ich kann nicht genug der lobenden Worte für dieses Taschenmesser finden. Danke Sascha, dass ich das Teil in der Aktion vorstellen durfte. Euch allen einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon morgen wieder. Bis dahin. Bye bye.